Hallo und willkommen zurück zu meinem Nearest Edge Let's Play, jetzt ist es schon Part 4 und dann wollen wir mal. Übrigens sogar die Bäume sind weiß, um nochmal zum Anfang vom Let's Play angesprochenen Farbenvielfalt in diesem Spiel zu kommen, sogar Bäume sind weiß. Also da hoffe ich in Nearest Edge 2 wirklich eine Besserung. Wow leckt das gerade. Da hoffe ich halt echt Besserung, dass Nearest Edge 2 vielleicht etwas mehr Farben gibt. Das muss ja nicht unterbunt sein, sondern einfach nur vielleicht mal ein bisschen mehr Abwechslung. Wäre vielleicht nicht schlecht. Da habe ich mich wohl umgebracht. Der braucht schon eine Leiter. Leitern sind was für alte Leute. Ich muss da rüber. Also gehen wir mal die Leiter hoch und springen dann von da da rüber. Ja. Zum Thema Leitern sind nur was für alte Leute. Ah ok. Ich muss hier. Oder auch nicht. Doch. Hier hoch. Oh dann ja. Hopp hopp. Geh mal da hoch. Schöne Effekte auch muss man sagen. Auch zdjęter. Dann höre es dahin die Wand entlang. Da rüber. Wow. Und tschüss. ... auch wieder ganz schöner Effekt von diesem reißenden Tuch. Oder was das war. Ähm, kann es sein, dass ich wieder in die Falschreitung birיפiertinte? Ja. Okay, einfach mal etwas zu mir. kann sein. Manchmal bin ich doch etwas verwirrt. Und öpp, und öpp, und... Wow, leck, 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 leck. Wow, 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 wow. Okay, ich kann nicht da hochausdachten. Wo muss ich da hin? Ah, doch. Da sitzt nicht mal jemand drin. Der ist drohengesteuert, äh, ferngesteuert. Aua. Ja, treffen muss er. Aua. Boah, Alter. Das leckt grad hässlich. Oh, oh, kommt schon weg. Einmal kurz in die Eier und schon wieder zufrieden. Nein, hier drüber. Oh, leck das grad. Das ist ja ganz schlimm. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht mehr so schlimm zu sehen wie jetzt. Gut, ich werd da, glaub ich, beim nächsten Mal etwas vom AF, also astrophobischen Filter runterdrehen. Vielleicht liegt's ja da. Wollen wir mal gucken. Was heißt abräumen? Für die Höhe? Naja. Äh, ja, apropos abräumen. Das muss man selber machen, indem man, äh, links, shift, kurz vor dem Bogen gedrückt hält. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Ja. Verdammt, ich hab mir den ganzen Kaffee über die Kastatur gekippt. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Äh, äh. Oh ja, da wär das Kapitel zu Ende gewesen. Oh, da ist das Kapitel zu Ende. Kapitel wird geladen. Ich hab Ihre Nachricht erhalten. Ich hab mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass sein Kopf dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Erde haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist Ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Ich lasse ich sie gehen. Doch wenn Sie noch mal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich werde ich der Stadt damit eingefallen tun. Ich sage ich... In your face, Alter. In your face. 11 Uhr 17". Das ist eine Waffe auf uns. Ist das Roper ins Partner? Vielleicht. Für mich sah wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg zu viele Körper. Bahnhochspannung. Ja, das haben wir geschafft. Boah. Geschafft. Und dann wollen wir mal woher lang muss man. Äh, ah ja. Okay, da kann man ausmachen. Wollen wir mal aus. Vielleicht hat man es noch gehört. Ja, meine kleine Nichte kam rein. Schlimm. Ich kann in diesem Haus keine Stunde ungestört sein. Immer wollen sie was von mir. Immer. Ich bin halt ein VIP. Nein. Hier geht es. Hat irgendjemand von euch. Einen Runder-Summo? Wir sehen. Also ich jedenfalls mal nicht hier. Hier unten vielleicht was. Nö. Nö. Oh. Was für ein Zufall, aber auch. Tick-Tack-Toe Wir haben gewonnen Keiner So rum Things Weg To Love Irgendwas mit Love Wo muss ich lang Ach ich müsste runter Ah Ey Und Wollen wir mal Da lang geht's Ich sehe mir gerade die Baupläne an Es ist ein Labyrinth Und es ist ruhig Aber wenn ein Vogel im Spiel ist werden sie wohl in der Nähe des Daches sein Du musst dir einen Weg nach oben suchen Na das krieg ich schon hin Aber heil Warte mal hier war doch irgendwas Da habe ich beim ersten Mal relativ lang gebraucht Irgendwas Ich glaube war es die Stelle Ah ne dann war es nicht die Stelle An irgendeiner Stelle liegen ich so lang fest beim ersten Mal Irgendwie hab ich da den Weg einfach nicht gefunden Kommt glaube ich noch Äh ne der kommt auf jeden Fall noch Wow 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 Ja lass dich fallen Bitte durch Ok ich muss da hoch Sind Sie einig und sind gelungen und bestätigungsfreiheit Waaah Das heißt dann wohl Lol Waaah Waaah Da kommt man einmal auf links alter und schon dreht es einen in die Richtung in die man gehen soll Waaah Leck 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 Ähm Komm ich da hoch Oh Waaas Huuuh ich hab hier ein kleiner reflex und wo jetzt wo lang wo lang ich mein ich bin hier geahnt hätte nicht ohne grund drauf gesprungen oder war das andersrum gedacht ja ich glaub das war andersrum gedacht erstmal von da drüben mit dieser stein die hierher kommt ja oh ist das grad schlimm also hier lags grad echt besonders viel also ich entschuldige mich dafür ich weiß auch nicht was sich daran jetzt so schnell ändern könnte weil die greifen einstellen kann ich ja nicht runterdrehen im spiel ja wo muss ich... ah darüber alter oh schlimm lags keine ahnung warum aua 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 äh ja da lang ich hoffe das... boah alter das ist ja nicht mehr auszuhalten hier das ist ja stuck motion hier ach hm hm ja ich hätte vielleicht das gas noch abdrehen sollen macht man das hier? ne das macht man... ah boah das ist... leute echt... wenn es so weiter geht und nicht besser wird dann... äh äh klar klar logisch... da würde ich auch ein rad montieren wenn ich ein normaler mensch wäre bis an das würde ja auch jeder normale mensch so hingeht so 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 warte mal mal ich hoffe die lex werden bald auf sobald man auf dass sie aus diesem gebäude raus sind... ich weiß nicht au da ist pope miller shit ich hätte niemals einem kopf vertrauen sollen er gehört zu ropeburn ich wette er steckt bis zum hals in dieser icarus sache mit drin ich mach mich auf den weg nach oben mal sehen was ich über pope und kate rausfinden kann also ähm hier beende ich dann auch schon mal meine vierten part und ja wir sehen uns dann beim nächsten mal